Herzlich willkommen zu einem neuem Video. Heute geht es mal um die drei größten Fehler, was man so beim Eisenschlagen machen kann, unabhängig jetzt mal vom Schwung. Das ist ganz wichtig, weil wir sind keine Trainer, sondern wir beschäftigen uns wirklich nur mit den Eisnern und wir machen jetzt einfach mal so ein paar Schläge, was so Kunden normalerweise machen und wo wir dann eine Verbesserung vielleicht bekommen. Genau, wir haben das gleiche schon mal mit dem Driver gemacht, das hieß glaube ich die drei größten Längenkiller oder so, wo wir uns einfach angeschaut haben, wie man einfach oder was man nicht machen sollte, wenn man denn keine Länge verlieren will. Beim Driver ist das natürlich elementar, sage ich jetzt mal, da optimieren wir nur auf Länge im Prinzip und bei den Eisen, da geht es nicht darum, dass man noch ein, zwei Meter rausholt und auf Länge maximiert, aber man möchte zumindest keine Länge verlieren, man möchte nicht ineffizient spielen, weil alles was ineffizient ist, heißt ich muss mehr Aufwand betreiben, schneller schwingen, mehr Gas geben und das bedeutet eigentlich immer automatisch mehr Streuung und sauberere Treffer und das geht dann auch auf das Gesamtergebnis letztendlich. Genau, einfach die Parameter sollten stimmen beim Eisenschlag und da gibt es eben immer dieses eine Extrem und das andere Extrem und das werden wir jetzt einfach mal so zeigen. Ich hoffe, ich kann das auch darstellen, weil es ist natürlich auch für mich jetzt gar nicht so einfach, aber ich würde sagen, wir starten einfach mal, wir nehmen jetzt mal ein Eisen 6, was so 29 Grad auf dem 6er Eisen hat, das ist vielleicht etwas mehr Loft, wo man durchaus sagen kann, so die etwas älteren Eisner, ja, also immer wieder Kunden, die halt dann mit 10, 15 Jahre alten Schlägersatz kommen, haben auch auf dem 6er Eisen gut und gern mal 29 Grad. Genau, und da ist dann wieder das übliche Thema, ich habe jetzt aktuell mit dem habe ich noch 29 Grad auf dem 6er Eisen und dann habe ich einen Kollegen Spätzl, der jetzt gerade neue Eisen bekommt und die haben dann 25 Grad, 26 Grad und dann frage ich mich, hey, warum ist denn der so viel länger? Ja, der schwingt ja nicht schneller oder besser oder was auch immer. Das sind dann so die offensichtlichen Faktoren, die natürlich eine ganz große Rolle spielen. Genau, aber jetzt starten wir doch mal, würde ich sagen. Ja. So, wir haben uns jetzt ein Ziel ausgesucht auf knapp 132 Meter. Ich wäre, ja genau, du fliegst einmal drüber, übrigens ganz einfaches Ziel wieder. Ja. Ich werde versuchen, mit so 70 Meilen zu schwingen. Ja. Also wirklich auf der langsamen Seite, das bedeutet, dass wir jetzt eins zu eins das mal nachmachen wollen, so wie es dann auch im Fitting ist, weil ich brauche jetzt hier nicht mit 100, also das kann ich nicht, aber mit 90 Meilen schwingen. Es wird keinen Sinn machen, sondern es soll ja so sein, wie es draußen oder wie es jetzt hier auch immer ist. Ja. Also das ist auch für die Mehrheit der Spieler eigentlich relevant. Wenn wir jetzt mit über 90 Meilen schwingen, dann haben wir ganz andere Faktoren, die letztendlich die Länge killen, reduzieren, als jetzt bei 70 Meilen. Also da sprechen wir eigentlich, das wären zwei separate Videos im Endeffekt. Genau. So kommen wir zum ersten Fehler, wo meiner Meinung nach mit der häufigste Fehler ist und zwar der Attack-Engel. Also Attack-Engel bedeutet, wie komme ich zum Ball? Von oben, von unten und das machen bei uns wirklich die allermeisten falsch, dass sie zuerst in den Boden schlagen, also in der Aufwärtsbewegung, wie bei einem Treiber, den Ball treffen wir. Und das ist wirklich meiner Meinung nach die Nummer eins, was Länge betrifft. Das ist jetzt gar nicht so einfach zum Nachmachen, weil ich wirklich zuerst in den Boden schlagen muss und dann in die Aufwärtsbewegung gehe. So und somit, wir haben ja jetzt einen Eisen 6, was 29 Grad statisch hat. Also statisch bedeutet, wenn ich jetzt so zum Ball komme. Und wenn wir das dann gleich mal probieren, werden wir mal sehen, wie sehr sich der Schläger dann auch öffnet. Dann gibst du das noch ein. Flacher Attack-Engel, genau. Okay, ich gebe mir mein Bestes mit 70 Meilen in der Aufwärtsbewegung schlagen. Das sieht jetzt auch sehr, sehr gut aus. Ja, ungewohnt. Aber das müssen wir jetzt mal so machen, weil es echt viele falsch machen. Ich lehne mich auch noch hinten. Ja, mal schauen, was da jetzt so, wie das wird. Okay, dann habe ich gleich mal dünn getroffen. Ich weiß jetzt nicht, ob der in der Aufwärtsbewegung war. Ja. Weil das ist für mich echt schwierig. 1,2 Daumen. 1,2 Daumen. Aber was wir sofort sehen, wir sind gleich mal bei 30 Grad dynamischen Loft. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir nicht haben wollten, weil wenn man zum Ball kommt, wollen wir eigentlich weniger Loft. Ja. So. Und das heißt, jetzt haben wir schon 30 Grad und ich bin schon 1 Grad in der Aufwärtsbewegung, äh, in der Abwärtsbewegung gekommen. Ich muss ja noch in die Aufwärtsbewegung kommen. Also machen wir es noch krass. Und da manchmal stehen da drei, vier, fünf, zehn Grad in der Aufwärtsbewegung. Ich weiß gar nicht, wie das physikalisch geht. Ich weiß auch nicht, wie das geht, aber es ist wirklich so das Thema. Oh, der habe ich schnell, ja gut, 74 Meilen. Das war jetzt relativ schnell. Ich hoffe, dass das jetzt in der Aufwärtsbewegung war, weil das ist echt ein... Ja, 1,3. 1,3 und so stehen auf einmal auch 32 Meilen, äh, 32 Loft, dynamischer Loft. Das heißt, das 6er-Eisen ist jetzt eigentlich schon ein 7er, 8er-Eisen. Ja, locker. Ja. Also, dann können wir jetzt noch mal kurz anschauen. Weil der war nämlich jetzt auch gut getroffen. Ja, und ich bin sauber zum Ball gekommen. Ja, also der war wirklich 1,32. Effizienz ist schon sehr gut. Also, der war wirklich jetzt top. Ich glaube, sehr viel mehr kannst du jetzt mit dem Englauf-Attack nicht rausholen. Was wir hier gleich sehen, ist halt 25 Grad Lounge ist das, was einfach viel zu viel ist. Aber die Kombination Lounge und wenig Spin, die rettet dich jetzt hier noch. Ja. Deswegen war der jetzt Carry nicht so verkehrt. Ja, da muss ich aber noch von außen kommen und Schlagfläche ein bisschen offen vielleicht. Ja. Dann sieht es auch nochmal anders aus. Genau, das machen wir jetzt auch. Genau. Aber das ist so die Nummer 1. Ich würde sagen, dass das vielleicht so ein diesen harten Matten kommt. Also, ganz viele erzählen mir auch, dass sie in ihren Golfklubs ganz harte Matten haben und dann einfach dieses Ballboden vermeiden wollen. Und das ist vielleicht auch noch eine Sache. Lieber, wenn es geht, draußen trainieren auf normalen Rasen, wie jetzt auf so einer ganz harten Matte. Weil da machst du ja echt alles kaputt. Und das ist ja auch hart für die Gelenke, wenn du immer wieder einschlägst in die Matte oder hängen bleibst. Gut, probieren wir es nochmal. Ich mache nur 1, 2, dann ist es. Das Schlimme bei den Matten ist halt, man verliert meistens das Gefühl, wann ich im Boden bin. Also, wo ich den wirklich treffe. Ja. Der war jetzt auch 32. Aber man sieht auf jeden Fall auch den dynamischen Loft, der viel, viel, viel zu hoch ist. Ja. Und jetzt sehen wir auch mal in echt, dass du halt, also ich bin jetzt ein bisschen von außen gekommen und so ist es ja in Wahrheit auch, dass auch der Ball nicht so sauber getroffen wird. Und vielleicht auch noch ein Indiz, dass wenn man in der Aufwärtsbewegung zum Ball kommt, dass eigentlich die meisten immer den Ball unten treffen, also ganz dünn. Ja. Und das sehen wir jetzt ja hier auch. Ja. Klar. Okay, dann machen wir nur einen. Ja. So. Okay, das war jetzt auch so ein Klassiker. Da bin ich jetzt schon zu tief im Boden gewesen. Das war jetzt ein bisschen too much, aber ich glaube 0,4 in der Aufwärtsbewegung. Ja. Aber dann kann auch mal 42 Grad da stehen. Das ist, das ist ganz normal. Also das haben wir immer wieder in Fittings. Ja. Oder da sieht man halt auch mal, wie wenig Fenster man eigentlich hat bei so einem Schlag. Also wenn ich den jetzt wirklich nicht schön von oben treffe, sondern gerade oder von unten, dass ich da wirklich, da geht es um Millimeter, wo ich letztendlich den niedrigsten Punkt mit dem Eisen haben darf. Damit ich den Ball überhaupt noch treffe. So wie der jetzt zum Beispiel, der war jetzt einen Ticken zu weit vorm Ball und dann ist er gleich fett und wir haben es gesehen 1,06 Effizienz. Das ist natürlich indiskutabel. Also da verlierst du so viel Meter, dass du jetzt hier Mitte Wasser bist und gar keine Chance hast. Also das ist auch so ein Punkt. Selbst also mit den guten Treffern, wie wir gesehen haben, geht es mit diesem Schwung bei dieser Geschwindigkeit vielleicht noch. Also man verliert nicht so viel. Aber sobald ich da ein bisschen abweiche vom Optimum verliere ich einfach extrem viel. Ja. Und jetzt wollen wir diesen Fehler eigentlich wegbekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, nehmt Trainerstunden, mach das, mach das. Am Ende des Tages wollen wir uns damit jetzt nicht beschäftigen, sondern wir wollen es jetzt wirklich mit dem Schläger wegbekommen. Dass das natürlich keine Lösung ist, die jetzt zu jedem passt, muss man auch sagen. Aber es gibt halt viele Hobbygolfer, die einfach nicht bereit sind, jede Woche dreimal zu trainieren. Genau. Deshalb nehmen wir jetzt ein Eisen mit weniger Loft. Und zwar einfach auf dem 6er Eisen hat der jetzt so zwischen 24 und 25 Grad. Und das bedeutet 4 Grad weniger Loft. Und jetzt machen wir das mit dem gleichen Schwung. Okay. Okay. Das bedeutet, wir die Loften des Eisner, das was ja viele ja immer so verurteilen, es wird immer weniger Loft, immer weniger Loft. Na gut, aber wenn ich ja eben so zum Ball komme, dann ist ja der Loft sowieso viel zu hoch. Also, wenn jetzt zum Beispiel der Flo einen Schlag macht, dann macht er es ja nicht mit diesem 32er oder 40er Loft, sondern obwohl sein Eisen hoch geloftet ist, kommt er ja nur mit 23 oder 24 Grad hin. Das heißt, auch wenn es geloftet ist, ist es ja nur fair, den Kunden da zu helfen, mit einem Eisen mit weniger Loft. Okay, probieren wir es mal. Ich probiere es so gut wie möglich natürlich. Ich hoffe, der war in der Aufwärtsbewegung. Man sieht auf jeden Fall 72 Meilen. Nicht schneller, wirklich. 1,333 Effizienz ist wieder sehr gut, also den hast du jetzt auch gut getroffen. Ja. 2,8 Spin ist natürlich auch Wahnsinn. Das ist viel zu viel. Lounge ist jetzt in Ordnung, aber auch hier haben wir jetzt wieder 32 Grad Loft. Aber wir waren jetzt auch hier Out to In. Also vorher bei den Out to In waren es auch mehr als 32. Also wir haben da jetzt schon deutlich reduziert. Trotzdem 136 Meter Carry ist ja schon mal eine Verbesserung. Okay, nächster Schlag. Schauen wir mal. Ja, der war zugemacht. Boah, das ist echt schwierig. Der war zugemacht. Da ist jetzt natürlich der dynamische Loch viel niedriger, aber vor allen Dingen, weil ich heute die Schlagfläche zugemacht habe. Okay, machen wir noch mal einen. Jetzt kriege ich besser hin. Ah, den habe ich dünn getroffen. 73 Meilen. Ah, wieder so 100, bisschen was, über 130 Meter. Was haben wir da? Dynamischer Loft ist jetzt bei 25 Grad. Ich bin wieder 1,6 in der Abwärtsbewegung zum Wagen gekommen. Es ist nur so unfassbar schwierig, weil ich halt hier eigentlich ein Loch buddeln müsste, dass ich drunter komme. Aber was man an der Stelle vielleicht auch sagen muss, für jeden, der ein bisschen mit so Lounge-Monitoren arbeitet und auch mit Trackman vor allem. Trackman und Quad haben einen unterschiedlichen Messpunkt sozusagen. Der eine ist die Schlagfläche, der andere den Schwerpunkt des Schlägers. Und deswegen unterscheiden sich Angler-Vertag und auch die Schwungrichtung minimal. Also da geht es schon um 1, 2 Grad. Beim Quad ist es so, dass er den Angler-Vertag eher ein bisschen abmacht. Sprich, wenn ich jetzt 0 Grad mit dem Quad habe, kann es halt sein, dass ich eigentlich 1, 2 Grad ab mit dem Trackman unterwegs bin. Das heißt, wenn du jetzt hier 1 Grad down bist mit dem Quad, dann kann es beim Trackman sein, dass wir wirklich schon neutral oder von unten an den Ball kommen. Deswegen ein bisschen vorsichtig mit den Daten da rangehen. Es gibt kein richtig oder falsch. Das ist einfach das übliche Thema Quad versus Trackman. Wenn die einen machen es so, die anderen machen es so wichtig, ist halt, dass man sich an dem Gleichen orientiert. Genau, aber was wir jetzt schon, also die Länge wird auf jeden Fall besser sein. Der Attack-Engel wird, und nicht der Attack-Engel, sondern der dynamische Loft wird nach unten gehen. Es ist halt zum Umsetzen einfach echt schwer. Ich glaube, der war besser. Ich denke, der war in der Aufwärtsbewegung. Aber der war auch noch sehr hoch. Der war nur 68 Meilen. Ja, wobei. 30,8 dynamischer Loft. Der war einfach effizient ohne Ende. Der hat richtig viel Ballgeschwindigkeit. Und du warst jetzt auch langsamer. 68 Meilen und bist trotzdem da hingekommen. Ja. 129 Carry. Da waren wir vorher weit weg. Und das bedeutet eigentlich, mit einem Eisen, mit weniger Loft, bei diesem Schwung machst du eigentlich dem Spieler, das ist ja jetzt kein Riesenvorteil oder so, Aber mit diesem Schwung, der so viel dynamischen Loft hat, muss ich einfach den Winkel runterbekommen. Und das machen wir in Form von Schlägern, die einfach weniger Loft haben. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, was kostet natürlich auch viel, viel länger, ist von außen kommen. Aber nicht nur dieses Thema, von außen zu kommen, sondern auch noch eine offene Schlagfläche. Das haben nämlich die allermeisten, die eben von außen kommen, dass sie tendenziell noch offen zum Ball kommen. Genau, sie müssen es ja im Prinzip, weil sonst geht der Ball einfach gerade nach links. Deswegen muss man das immer so ein bisschen ausgleichen. Und das macht man dann intuitiv mit der Schlagflächenstellung oder Schlagfläche im Treffmoment. Und das übertreiben halt zu viele, muss man sagen. Beziehungsweise es gibt ja auch die Tendenz, gerade beim Driver kennen das viele, ich merke der Ballkurve ein bisschen nach rechts, okay, dann richte ich mich weiter nach links aus. Und dann kurvt er noch mehr nach rechts, muss ich mich noch weiter nach links ausrichten, damit er im Ziel ist. Und so schleicht sich das Ganze dann über die Zeit auch mit ein. Viele wissen es halt nicht besser und bekämpfen im Prinzip den Slice nicht, sondern verschlimmern ihn. Und im Endeffekt ähnliche Tendenz dann auch mit den Eisen. Genau, wir nehmen wieder ein Eisen, was viel Loft hat und auch was, ich würde sagen, gar nicht so einfach zu spielen ist. Wobei das jetzt nicht jeder Kunde hat oder so. Aber viel Loft beim Eisen, wenn ich stark von außen komme, ist natürlich auch wieder ein Lenkiller. Okay, starten wir. Okay, ich versuche jetzt wieder stark von außen zu schwingen. Normal ist bei uns so, ja, was wird man denn so haben? Zwischen 6 und 12 Grad ist wirklich ganz normal. Ja, definitiv. Okay, dann haben wir vielleicht auch noch einen High-Lounge-Shaft, einen High-Lounge-Ball oder halt auch einen Ball, der viel Spin bekommt. Dann sieht das Ganze natürlich, ja, schon schwierig aus mit der Länge. Okay, das waren jetzt knapp 78 Meilen. Und man sieht... Nicht so schlecht getroffen, glaube ich. Nö. Aber das ist jetzt schon exemplarisch. Also 13 Grad ist jetzt nichts, sieht krass aus, ist aber nichts Ungewöhnliches. Und jetzt war deine Schlagfläche, es ist halt jetzt extrem, also man kann es jetzt zum Ziel betrachten. Die Schlagfläche war praktisch im Ziel nur ein Grad offen, aber jetzt zur Schwungrichtung 14,7 Grad offen. Und das ist letztendlich das, was zählt. Und wir sehen es jetzt hier ganz gut. 31 Grad dynamischer Loft, das bekommst du nur hin, weil du jetzt einfach 7 Grad down geschwungen hast. Also du kompensierst das jetzt hier, indem du einfach ein bisschen von oben auf den Wall schwingst. Wenn du das jetzt so machst wie vorhin, neutral oder mit 1 Grad, dann hast du halt hier 40 Grad Loft. Ja, dann wird es noch schlimmer sein. Ja, aber was wir hier jetzt schon mal ganz gut sehen, du hast jetzt auch den Wilson Stuff Ball bekommen, der ein bisschen mehr spinnt, das kann gespielt werden von manchen, ohne dass sie es wissen. Und dann haben wir hier einen extremen Spin Loft, den wir generieren und 7,6 Backspin. Also das ist viel zu viel, das ist abartig. Also das ist viel zu viel, das ist auf dem Sechser Eisen, ich meine du bist bei 5,8 so was, oder? Ja. Also bei 7.000 Umdrehungen, das ist viel zu viel. Und dann kriegen wir auch nur unsere 117 Meter Carry. Ja. Bei einem guten Treffer. Ja, bei einem guten Treffer, ja. Also ich komme, obwohl ich schnell schwinge, der war 80 Meilen, aber ich kriege eigentlich überhaupt gar keine Länge. Also das ist verrückt. Ja. 7.000, 800 Pin. Gut, den habe ich jetzt ganz vorne getroffen. Ja gut, aber die Effizienz ist jetzt natürlich sowieso etwas schwerer zu beurteilen, weil natürlich je mehr Loft ich habe, desto niedriger wird auch die Effizienz, ohne dass ich ihn jetzt schlechter treffen muss. Also das muss man jetzt so ein bisschen mit berücksichtigen einfach. Ja, und was natürlich Endgegner ist, ist wenn ich auch noch einen Attack-Engel habe, der dann noch in der Aufwärtsbewegung ist und ich komme stark von aus. Ja, aber probier es mal. Ja, also das ist natürlich dein Endgegner, weil dann mache ich eigentlich alles dafür, dass der Ball kurz geht. Ja, also da geht dann nichts mehr. Okay, das war jetzt schon gefühlt. Das waren jetzt nur 70 Meilen, aber ich tue mich schwer, den Ball sauber zu tun. Ja, der war jetzt auch ein bisschen unsauberer. 0,7 Down allerdings, 45 Grad dynamischer Loft. Ja, okay, passt. Aber ich glaube, das ist jetzt auch klar, das Thema. Versuchen wir es zu verbessern. Was wir hier jetzt zum Beispiel auch noch nicht gemacht haben, was wir theoretisch auch machen könnten, ist dir noch einen weicheren Schaft zu geben. Ja. Du hast jetzt hier sogar einen Steel Fiber, der eher auf Low Lunge ausgerichtet ist. Der ist jetzt sicherlich auch nicht zu steif für die 70 Meilen. Nein, deswegen, wenn wir da jetzt noch einen 40, 50 Gramm Vista Pro Schaft zum Beispiel einbauen, dann haben wir noch zwei, drei Grad mehr Loft. Ja. Und dann bewegen wir uns Richtung, also 45 plus Grad dynamischer Loft. Das ist ja im Prinzip Pitching-Wedge-Bereich mindestens. Genau, ja, die weichen Schäfte, was natürlich dann immer jeder sagt, der zwischen 70 und 80 Meilen spielt, dass er die ja auch braucht, was auch stimmt. Aber wenn du so stark von außen kommst, brauchst du eigentlich einen Schaft, der einfach die Höhe ein bisschen nach unten bekommt. Okay, jetzt gehen wir wieder auf das Eisen mit weniger Loft. Sprich, das Eisen hat wieder zwischen 24 und 25 Grad. Und es hat auch etwas Offset. Offset bedeutet, er ist versetzt. Also der Schaft steht versetzt. Die Schlagfläche steht etwas nach links. Und somit wird, wenn ich von außen komme, die Schlagfläche weniger offen stehen. Gut, okay. Probieren wir es? Okay, passt. Dann probieren wir das Gleiche. Ich meine, selbst jetzt, das werden wir jetzt dann auch gleich sehen, es ist natürlich keine krasse, also so eine Riesenverbesserung, dass der Fehler jetzt weg ist. Der Fehler bleibt, aber wir sind nur für die Schläger zuständig. Und nicht, dass wir jetzt hier noch beim Fitting mit dem Schwung umeinander probieren. Ich meine, so ein paar Tipps kriegt man immer, aber man sollte es ja, also wir sind für Schläger zuständig. Okay, probieren wir es mal. Schauen wir mal, wie stark der von außen war. Oh, der war gar nicht so schlecht. 74 Meilen, den habe ich jetzt besser getroffen. 1,35, 13 Grad von außen. Der dynamische Loft war halt jetzt wieder bei 22, da wo wir eigentlich hinwollen. Und da der Spin, ich habe wieder einen anderen Ball genommen. 4,5, 4,6 ist in Ordnung. Das ist jetzt sogar fast ein Ticken zu wenig noch, auch vom Launch her könnte man noch mal ein bisschen mehr rauskitzeln. Der war jetzt allerdings auch leicht geschlossen. Klar, der Offset hilft jetzt natürlich, die Schlagfläche geschlossen zu halten, aber jetzt im Vergleich, der war jetzt nicht extrem offen. Aber das ist ein komplett anderes Ergebnis bisher. Ja, okay, machen wir noch einen. Ich meine, die Tendenz bleibt. Die Tendenz bleibt und das wirst du, glaube ich, auch mit dem Schläger nie komplett wegbekommen. Also da sind wir ehrlich, 11 Grad von außen, da gibt es keinen Schläger der Welt, der den jetzt irgendwie immer an die Fahne bringt oder irgendwie zurecht biegt. Aber was wir halt gut sehen, der war jetzt sicherlich nicht zugeschlossen, 23 Grad dynamischer Loft, 5,1 Spin, das sind Werte, mit denen wir arbeiten können. Also 132 Carry, der war jetzt einfach nur 12 Meter rechts, ansonsten nicht weit weg. Ja, was ja eigentlich auch noch schade ist, wenn ich jetzt mal einen, ich sage mal, perfekten Schwung einfach von innen mache, so 3, 4 Grad von innen mit 75 bis 77 Meilen, dann geht der Ball, also dann kannst du den Ball auch noch effizienter und noch weiter schlagen. Der könnte jetzt vielleicht ein bisschen schnell gewesen sein, in 76 Meilen. Aber da sieht man, was möglich wäre mit der Geschwindigkeit. Also ich sage es immer zu den Leuten, dass die Geschwindigkeit, wenn man jetzt so optimal zum Ball kommt, gut, da können wir jetzt sagen, der dynamische Lauf war ein bisschen niedrig, aber dann schlagt man auf einmal einen Ball mit 150 Meter Carry. Also das ist schon... Und 1,43 Effizienz, also das ist schon... Das ist schon hoch, ja. Da sind wir nah am Driver schon langsam. Das ist das Zweite, was wir wirklich oft, oft haben, dass wir mit solchen Schlägen, auch die schlecht geredet werden, ja, es wird immer gediloftet, gediloftet. Naja, es wird halt vor allen Dingen auch gediloftet, weil die Leute halt so zum Ball kommen und viel zu viel Loft haben. Gut, ich glaube, das war es jetzt mal von dem zweiten Fehler. Okay, kommen wir zum dritten letzten Thema noch und zwar jetzt passiert das Ganze so, dass wir einen Kopf nehmen, der relativ wenig Loft hat und auch nennen, obwohl man meint, der ist leicht der Stahlschaft, aber auch hart ist. Da sprechen wir jetzt von dem Nippon 950 NS, der ein recht harter Stahlschaft ist, obwohl er relativ leicht ist. Genau, aber ich sage jetzt nicht unüblich, weil wir haben definitiv so die typischen OEM-Schäfte, wenn ich sage, ich will jetzt eine Stahlschaft spielen, weil Carbon kommt nicht in Frage, aus dem und dem Grund. und ich kann ihn vielleicht nicht schwingen oder er passt theoretisch gar nicht, dann haben wir oft so die 100, 110 Gramm Stahlschäfte, die einfach auch ein bisschen zu lach unterwegs sind. Und das war vielleicht vor 10, 15 Jahren dann für den Spieler noch optimal und dann wird es aber immer, immer schwieriger für den Spieler einfach den Ball auch in die Luft zu bekommen. Probieren wir es doch mal. Vor allem, weil halt auch vor 15 Jahren die Lofts noch anders waren. So, genau, das heißt, ich schwinge wieder normal. Ich würde auch sagen, ich mache einen, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich stark von außen komme, oder sowas, sondern eigentlich einen normalen Schlag. Also, gut, den habe ich jetzt dünn getroffen, aber ich merke für mich, schon mal bei der Geschwindigkeit, es ist viel schwieriger, den zu schwingen. Den habe ich jetzt dünn getroffen. Dynamische Loft geht natürlich relativ nach unten. Gut, das war jetzt halt recht extrem. Aber man sieht schon, dass ich den gar nicht so in die Luft bekomme und dass er auch am Grün extrem ausrollt. So, ich habe jetzt wieder einen normalen Ball genommen. Wir sind bei 2800 Spinnen. Also, das 19 Grad dynamischer Loft, 2800 Spinnen, der war jetzt ein bisschen vorne getroffen. Ja. Treffen wir einen noch in der Mitte. Ja, du kannst auch mal schlagen. Nein. Ah, den habe ich aufgemacht. Ah, den habe ich aufgemacht. Ja, aber selbst der ist immer noch flach, wird sehr viel rollen. 20 Grad dynamischer Loft, 14 Grad Lounge, 4000 Spinnen, das ist alles. Alles auf der niedrigen Seite, ja. Ah, den habe ich fett gekauft. 75 Meilen war jetzt nicht langsam, also, der war jetzt sehr unsauber. Ja, wie gesagt, du kannst da mal draufhauen. Ich habe schon richtig Rücken von der Schlagerei. Vor allem, ich treffe sie auch alle vorne gerade. Ich mache mir meinen Schwung noch kaputt bei denen. Wahrscheinlich, aber jetzt ist es ja auch schon egal. Im Oktober. 2,7 Spinnen, 17. Also, die sind halt eher flach. Ich meine, das ist jetzt auch keine Katastrophe, aber jetzt mal nur für einen Spieler bei 70, 80 Meilen so in den schweren Schaften ist halt auch wirklich nicht angenehm. Okay. Besser bekomme ich es nicht hin. Ja, ich glaube, die Tendenz ist ziemlich deutlich. Ja. Also, das Erste, was man hier jetzt im Fitting auch machen würde, ist sofort den Schaft wechseln, dass man hier einfach mehr Unterstützung bekommt und auch mal so den Ball diskutieren, weil wenn ich von der Tendenz her ja bei 3000 RPM Spin liege oder deutlich unter 4000, dann ist im Prinzip alles andere egal. Ich werde einen anderen Ball spielen müssen als einen Low Spin Ball. Also, alles, was hier noch Spin fabriziert, das hilft im Prinzip. Ja, genau, das waren so die drei Sachen, wo wir eigentlich täglich haben bei uns im Fitting, wo wir einfach immer wieder versuchen zu verbessern, unabhängig jetzt mal auch von der Marke, vom Schläger, sondern wir versuchen einfach etwas zu finden, was dann besser passt, was dann unten drauf steht, ist wie immer eine Sache, was jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Ja, genau. Und jeder, der jetzt sagt, ja, aber ist doch nicht besser, wenn ich vorher an den Fehlern arbeite, bevor ich zum Fitting komme, ich sage halt auch immer, die Tendenz wird wahrscheinlich immer bleiben. du wirst, klar, vielleicht nicht 13 Grad von außen kommen zum Beispiel, aber dann sind es halt 10 Grad und dann ist die Tendenz immer noch so da. Oder auch die Tendenz mit dem Abschwingen, das haben Spieler so drin teilweise, wo man dann nicht sagen kann, okay, nimm mal zwei Trainerstunden und dann hast du es raus. Also, das ist eigentlich in den meisten Fällen utopisch. Genau, oder halt auch, sie schlagen am Anfang die ersten 20, sagen wir 30 Bälle wirklich in einem normalen Schwung und auf einmal kommt das auch mit dieser, ja, jetzt haben wir schon viele Bälle geschlagen, jetzt macht der Körper auch immer das, was er vorher gemacht hat und dann fällt man immer wieder in dieses Fehlermuster rein. Auch das ist wirklich ganz, ganz, ganz normal. Und zu dem Thema oder zu dieser Wunschvorstellung, ja, ich komme jetzt da und ich mache erst ein Fitting, wenn alles passt. Ja, also das ist nun mal, ehrlich gesagt, extrem schwierig, dass man alle Fehler auf einmal abstellt. Vor allen Dingen, weil viele ja auch nicht die Lust haben, auch Driving Range, auf die Driving Range auch zu gehen und das ist auch völlig legitim. Wir versuchen nur etwas Besseres zu finden. Genau. Ja, wenn ihr da Interesse habt, schreibt uns einfach eine E-Mail, ruft uns an, wie auch immer, dann führen wir so ein Fitting durch und dann schauen wir mal, was bei euch so drin ist. Das war's vom heutigen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.